so guten morgen erst mal frühstück und an keiner tag beginnt willkommen bei tag 2 meines daily vlogs experiment ist erste mission des tages wo fahren wir hin schatz zum arzt sowieso mit dem arzt durch kathie stirbt nicht jetzt gibt es noch zur apotheke wer sich mal hinsetzen möchte der kann das bei uns vor der haustür machen da kann man hier genießen ich habe gerade zur arbeit gefahren jetzt stelle runde joggen und dann gucke ich mir mal dieses neue einkaufszentrum hier um die ecke an das ist wirklich riesengroß und danach geht es dann kurz zum ikea und zu einem anderen möbelhaus und ich möchte mir irgendwie einen günstigen tisch kaufen dieser autofuck ja so ist der plan aber jetzt ist man rumlaufen 3,7 kilometer ich drehe jetzt um das reicht es ist so heiß gut erfolgreicher lauf 7,3 kilometer ein bisschen mehr als gestern hab aber auch ein bisschen länger gebraucht weil ich noch im wasser war gut von der sonne ich bin soweit durch hab mich ordentlich geduscht und jetzt geht es ab erstmal zum ikea muss mir definitiv ein anderes objektiv besorgen ich weiß der autofokus nervt tierisch fokussiert kacke und es ist unglaublich laut aber ich habe momentan nicht das nötige kleingeld mir ein neues objektiv wenn man so zu kaufen deswegen müssen wir einfach damit momentan leben es sieht seit gestern schon übel nach regen aus immer da hinten aber irgendwie hat es hier noch nicht geregelt hier scheint die ganze zeit die sonne neben am richtigen platz würde ich sagen ich habe eine halbe stelle gewartet um den tisch zu bekommen gibt es nicht nächste woche vielleicht aber nächste woche ist so spät ich brauche nie jetzt aber gut das war schon mal ziemlich anti erfolgreich zur hälfte die hotdogs waren der hammer ich meine das macht den ikea besuch immer wieder zum highlight hotdog muss sein aber kein tisch so dann quatscht das jetzt nochmal rein weil ich wieder vergessen das mikrofon anzumachen gerade die haben gerade schon eine ausfahrt gesperrt das heißt da ist überall stau die haben deswegen extra eine ausfahrt gesperrt deswegen fahre ich jetzt ein extra spezial schleichweg was geht ab hier stehen tausende autos und so viele menschen ist einfach unglaublich also was mit was eine eröffnung kommt mir vor als wenn ganz mallorca heute hier ist wirklich richtig krass wenn sie nur warten bis es ein kleines kindchen angeschlossen hat dann knall ich da in die parklücke rein meine tischsuche lief sehr 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 anti erfolgreich deswegen widme ich meine zeit jetzt mit dem neuen kaufhaus einkaufszentrum paradies wie auch immer fun fan ich weiß jetzt nicht wie man das genau ausspricht aber da gibt es eigentlich zu sehen zum beispiel ein kinderspielparadies h&m adidas toiletten primark ich weiß nicht warum aber hier flippen alle aus alle stehen in dieser schlange mit etlichen security guards halk stormtroopers samsung eigentlich wollte ich mir einen komplett überteuerten kaffee bei starbucks reinziehen aber zu viele menschen einen unfassbar großen mediamarkt i phantom 3 teurer als die dji phantom 4 ok decathlon kia b ich meine der sieht mal richtig geil aus hier ist auf jeden fall richtig ab musik alles voller licht sogar hier oben ist diese riesige schlange zum primark what the fuck was geht da ab wieso wollen alle da rein also ich will nicht da rein auf keinen paus der champagne aber ich trinke heute nichts wegweiser sushi tapas fosters hollywood und dahin auch eine pizzeria und ein komplett überfülltes parkhaus hier hinter mir und das kino an dem ich gerade vorbeigelaufen bin einfach mal so jetzt jetzt also Das war meine erste Erfahrung Ich bin echt beeindruckt, mir ist es heute ein bisschen zu voll Aber natürlich Opening Tag Das Opening ist auf jeden Fall extrem gelungen Sie kann auf jeden Fall sehr gut springen Ich fahr jetzt wieder nach Hause, weil ich habe jetzt nämlich die Nase voll Ich bin nicht so der Typ, der zwischen tausend Menschen rumläuft Übrigens würde ich echt gerne mit der Drohne hier jetzt fliegen Aber genau gegenüberster Flughafen Und am Opening Tag kann ich hier auf jeden Fall nicht mit der Drohne fliegen Von daher lasse ich es lieber sein Ich habe sie jetzt gar nicht eingepackt, weil ich mich genau kenne Wenn, dann mache ich es Und übrigens habe ich gerade das Stativ als Selfie-Stick Das sieht auf jeden Fall noch ein bisschen dümmer aus als schon normal Und übrigens an alle, die an den Ballermann zum Urlaub fahren Dieses Shopping-Center ist zwischen Ballermann und Palma Das heißt, ihr müsst nicht mehr bis nach Palma zum Shoppen fahren Ihr müsst noch mit dem Bus zu diesem Shopping-Mall-Fan hier fahren Und dann könnt ihr euer Geld rausprassen Ich meine sogar eine eigene Tankstelle haben die sich hier hingebaut Du kannst hier alles machen außer den Tisch finden Du kannst tanken Da ist noch ein Möbelhaus Da werde ich mal mein Lukas probieren nochmal schnell Aber sonst kannst du echt Du kannst dir Klamotten kaufen Du kannst dein Essen einkaufen Du kannst tanken Du kannst alles auf einmal erledigen Und das ist schon richtig cool Eine Ewigkeit später Gut, ich bin zu Hause eingekommen Ich habe mich hier vorbereitet Ich werde erstmal heute alles im Bett schneiden Und wenn das funktioniert hat, dann lasse ich das mit dem Tisch erstmal sein Und wenn das ein Krampf ist, dann gehe ich morgen wieder auf die Suche nach einem Tisch Also, ich fange an zu schneiden Einkaufszentrum, top Das war's für heute Wir sehen uns morgen wieder Ich freue mich über jeden Daumen nach oben Aber wie gesagt, diese Woche Daily Vlog auf Mallorca Und dann mal gucken, wie es weitergeht, wie ich Zeit habe Wenn ich Zeit habe, mache ich auf jeden Fall weiter Mir macht's mega viel Spaß Und ja Ich fange an zu schneiden Bis morgen, ciao Ich will hier nochmal ganz kurz zeigen, wie ich es jetzt aufgebaut habe Ich habe hier meinen Laptop Auf meinen Beinen Ich habe da drunter ein Küchenbrett Ein Küchenbrett, damit der Laptop nicht zu heiß wird So, hier im Mauspad Kann ich hier schön arbeiten Optimal Headset hier am Start Instagram kann man hier schön checken Lockere Sache Red Bull Ich habe hier Schöne Ich habe hier